Wir sprechen heute darüber, wie du eine Million Add-on Umsatz in deiner Agentur hinzufügen kannst. Und deshalb mal die Frage, wer von euch fände es eigentlich nicht verkehrt, eine Million Euro Add-on Umsatz im nächsten Jahr, Quartal oder Monat in seine Agentur oder im Business hinzuzufügen? Wer fände es nicht verkehrt, ich weiß nicht, vielleicht ein paar die Frage nicht verstanden, eine Million Euro Add-on Umsatz im nächsten Quartal, Jahr oder Monat in seine Agentur hinzuzufügen. Denn das ist exakt das, worüber wir heute miteinander sprechen. Denn mein Ziel für die nächsten 30 Minuten ist, dir Nummer eins vier Cashflow Fixes mitzugeben, die genau dafür sorgen, nämlich dass du eine Million Add-on Umsatz in deiner Agentur hinzufügen kannst. Das zweite, was ich dir heute mitgeben will, ist Praxisbeispiele von echten Agenturinhabern, wo wir das genau so gemacht haben. Und am Ende solltest du das Gefühl haben, dass du den lieben Marcel-Knopf gescammt hast mit dem Kauf deines Tickets und der Tatsache, dass du hier heute im Raum warst. Und weil wir nur noch 29 Minuten haben, muss das ein bisschen schnell gehen. Und das muss ähnlich schnell gehen wie in einem Banküberfall. Ja, das heißt, ihr seid heute hier meine Komplizen, denn wir müssen gemeinsam eine Bank ausrauben. Ja, mal ganz kurz, wer hat Haus des Geldes gesehen? Ja, okay, arbeiten doch nicht alle 24-7, okay. Ja, warum kann ich dir dabei helfen? Ganz ehrlich, musst du für dich selbst beantworten. Denn ehrlich gesagt, habe ich weder BWL studiert, Papa hatte nicht irgendwie 15 Agenturen und ich glaube auch nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Das Einzige, was ich dir anbieten kann heute, ist meine Erfahrung und Markteinblicke aus mehr als 1000 Gesprächen, die wir jedes Jahr mit Agenturinhabern führen. Ich kann dir die ungeschönten Daten mitgeben und die Einblicke von unseren mehr als 300 Agenturpartnern. Ja, und unter diesen 300 Agenturpartnern sind viele, die irgendwie auf 100k oder darunter rumdümpeln, aber eben auch einige Category Kings, die mehrfach achtstellig im Jahr machen. Ja, Namen wie Candidate Flow, ja, KCK, Pflegekraft, Recruiters, Leadtable, ja, ihr seid auch am Start irgendwo, ich habe euch gerade gesehen, ja. Das sind alles Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, aber eben auch mit den Agenturen hinter Yamaha, Porsche, Lidl, Truefruits und noch vielen großen Brands, die ihr alle wahrscheinlich kennt. Und das Letzte, was ich anzubieten habe, ist die ungefilterten Beobachtungen, was die Brokey-Agenturen von den Category Kings mit Multimillionen-Umsätzen unterscheiden. Ja, also, wer ist ready für den Banküberfall? Let's go! Ja, wer ist ready für den Banküberfall? Und was ist das Erste, was man braucht, wenn man eine Bank überfällt? Warum überfällt man eine Bank? Cash! Yes! Und damit kommen wir zum ersten Kapitel, nämlich der Frage, who has my fucking money? Ja, und dafür schauen wir uns mal die Ausgangssituation an. Nehmen wir mal an, du hast 40 Calls in deiner Agentur, ja, das sind 480 Calls im Monat, für die, die schlecht in Mathe sind. Ja, und du hast einen 10K Offer, ja, 10K Offer, warum? Weil man leicht im Kopf rechnen kann. Ja, im Level 0, ja, und da stehen die meisten, aus diesen 480 Calls hast du vielleicht eine 15-prozentige Call-Close-Rate. Ja, was meine ich, wenn ich Call-Close-Rate sage? Ja, von 100 Terminen, die du live hast, ja, live erschienene Erstgespräche, close to 15. Ich rede nicht davon, du hast schon 80 aussortiert und denen machst du ein Offer. Ja, das ist nicht die Call-Close-Rate, von der ich rede. Also 15 Prozent bringt uns auf 720 Euro Umsatz. Ja, soweit nachvollziehbar, oder? Ja, alle durchgerechnet? Cool. Level 1 ist, wir gehen jetzt her, ja, und da finden wir das Geld, was du suchst. Wir bringen die Call-Close-Rate hoch auf 20 Prozent. Dann sind wir bei 96 Units und das bringt uns bei 240.000 Euro mehr Umsatz im nächsten Monat, Quartal oder Jahr. Ja, also je nachdem, wo deine Scale ist, ja, in der Agentur kannst du im nächsten Monat, im nächsten Quartal oder im nächsten Jahr rechnen. Level 2 ist, ja, wir haben diese 480 Calls und gehen hoch auf eine 30-prozentige Call-Close-Rate. Und ich rede da jetzt nicht von 60, 70 Prozent Call-Close-Rate, ja, wo dir irgendwelche Rolex-Jungos erzählen, dass sie das machen. Ich kann euch sagen, ich sehe die Zahlen, schaffen die wenigsten. Ja, wenn euch jemand sagt, 70 Prozent Close-Rate, dann, weil er 80 Leuten vorher kein Offer gemacht hat, weil die nicht qualifiziert waren. Ja, davon reden wir nicht. Ja, du hast jetzt ein 12k Offer, hast vielleicht ein bisschen besseres Sales Skills, ein bisschen besseres Offer. Und dann sprechen wir über eine Million Euro mehr Umsatz. Ja, nochmal die Frage, wer hätte Bock, eine Million mehr? Ja, klingt das nachvollziehbar? Mh, schmeckt lecker. Ja, und da hören wir nicht auf bei DXR, sondern wir haben jetzt ja nur erbärmliche 40 Calls im Monat. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und von 10 Calls die Woche, dass ja nicht mal zwei Calls am Tag sind. Ja, einfach mal hingehen, dass wir vier Termine am Tag haben. Ja, gleiche, hier sind es 30 Prozent Call-Close-Rate, ja, 12k Offer. Dann sprechen wir über 2,7 Millionen Euro mehr Umsatz, den du mitnimmst oder nicht mitnimmst. Ja, und mal die Frage, ja, wer von euch hätte eine sehr gute Verwendung für 2,7 Millionen Euro? Ja, was glaubst du, wo würde deine Agentur stehen, wenn du 2,7 Millionen Euro mehr hättest? Und zwar pro Vertriebler. Und das bringt uns aber gleichzeitig zu Chapter 2. Die große Enttäuschung. Es ist fucking boring und es ist harte Arbeit. Ja, das heißt, es geht explizit in diesem Vortrag nicht um den Latest Chat-GPT-Müll oder irgendwelche Quick-Fixes, die dafür sorgen, dass du übermorgen reich bist. Ja, das ist der boring Stuff, der dafür sorgt, dass du Geld machst. Das ist der boring Stuff, der dafür sorgt, dass du deine Agentur skalierst. Und ich weiß, wir sind alle ein bisschen TikTok geschädigt. Ich habe gestern, ich bin richtig alt geworden, ich habe gestern gelernt, was Be Real ist. Ja, wir sind richtig Dopamin geschädigt. Ja, und deshalb betone ich das. Es ist boring und es ist harte Arbeit. Ja, und schau mal kurz zu deinem Sitzenachbar und sag mal so, ja, ich weiß, es ist boring, aber 2,7 Millionen klingt nicht verkehrt. Ja. Ja, und damit kommen wir zu deiner Chance. Ja, denn du hast eine Chance. Denn 99% der Agenturinhaber wollen zu den 1% der Agenturinhaber gehören, sind aber ironischerweise nicht bereit, das zu tun, was 99% der Agenturinhaber nicht zu tun sind. Macht das Sinn oder macht das Sinn? Ja, das ist die harte Realität, die wir auf täglicher Basis sehen. Und dieser Vortrag ist für diejenigen unter euch, die Nummer 1 smart genug sind, die gleichzeitig aber auch ihr Nischen ADHS und Shiny Object Syndrom unter Kontrolle haben. Ja, der Vortrag ist für dich, wenn du geduldig genug bist und bereit bist, die Arbeit zu investieren. Ja, weil hier an diesem Wochenende wirst du viele Vorträge hören mit dem Latest Shit und der eine Hack. Ich kann euch sagen, in der Realität, nachdem wir mit sehr vielen Category King Agenturen gearbeitet haben, die teilweise eine Million Euro im Monat machen, es ist niemals die eine kleine Sache, das eine Latest Gadget, was dich auf die Millionen bringt. Ja, und was brauchen wir jetzt, wenn wir in eine Bank einbrechen? Was braucht man? Was? Waffen, ja, auch gut. Ich brauche einen Plan, ja. Ich brauche Insider Knowledge. Ja, und wenn wir in die Bank der Agenturen einbrechen und eine Million Add-on Umsatz anlocken, dann brauchen wir das Insider Knowledge der Category Kings. Und dafür ist eine Sache wichtig zu verstehen. Jede dumme Idee ist gestartet mit einer absolut genialen Idee. Ja, und ich möchte einmal, dass du dich an den letzten Fail, den du in deinem Business hattest, erinnerst und dann nochmal an den Moment erinnerst, wo du dachtest, geniale Idee, das wird alles verändern. Das eine Skript, das ist jetzt dieser neue Akquise-Kanal, der wird alles in meinem Leben verändern. Ja, aber jeden Fail, den du gehabt hast, ist mit einer genialen Idee gestartet. Ja, macht das Sinn? Ja, wie viele von euch kennen das so? Super Hype, ich habe eine geile Idee. Sechs Monate down the road so. Who the fuck hatte diese scheiße Idee? Ja, wer kennt das? Ja. Und das wollen wir vermeiden. Ja, weil die wenigsten erkennen das Muster und machen es das nächste Mal anders. Ja, die wenigsten lernen aus ihren Mustern. Wir sind irgendwie primitive Schimpansen, die nicht aus ihren Fehlern lernen. Wir haben eine tolle Idee, wir failen und das nächste Mal, wenn eine tolle Idee kommt, machen wir was? Let's go! Neue tolle Idee. Ja, und ich hoffe, dass diejenigen, die hier im Raum sind, smart genug sind, diese Fehler nicht immer wieder zu tun. Denn die meisten Agenturen haben den komplett falschen Fokus auf die komplett falschen Dinge und tun die Dinge in einer absolut falschen Reihenfolge. Wir müssen also unterscheiden, was tatsächlich smart ist und was einfach nur smart klingt. Ja, und dafür habe ich euch eine Sache mitgebracht, nämlich unsere Leverage Matrix. Ja, und das ist das Insider Knowledge, das die Heavy Hitter, die Big Boys, die Category Kings auf täglicher Basis nutzen. Denn wenn wir mit den großen Agenturen arbeiten, was glaubt ihr, wie viele erzählen uns, ChatGPT wird alles verändern. Ja, was glaubt ihr, wie viele Agenturen erzählen uns das von den großen Big Boys? Cero, Null, Nada, Miente. Ja, die haben das hier verstanden. Die haben verstanden, dass es Dinge im Business gibt, die eine große Hebelkraft haben und Dinge, die eine geringe Hebelkraft haben. Ja, und dann gibt es Dinge, die können wir mit viel Aufwand erreichen und Dinge, die können wir mit wenig Aufwand erreichen. Und was die meisten machen und wo wir uns nicht darauf fokussieren wollen, sind Hacks, die keine sind. Mal real, wer hat TikTok, Instagram, wer kennt so diese fünf Hacks, wie du merkst, dass deine Spaghetti al dente ist? Der eine Trick, wie du dir nie wieder deine Schuhe kompliziert zubinden musst. Ja, wie viele kennen diese Videos? Wie viele, mal so ganz ehrlich, Hand aufs Herz, haben so schon auch irgendwie das Gefühl, es ist so eine ganz cringe Befriedigung im Gehirn, wenn man sich anguckt, fünf Wege, wie pasta al dente wird? Ja. Irgendwie schon, ja. Und das liegt daran, dass wir einfach Dopamin geschädigt sind. Ja, weil für unser Survival-Brain ist, oh, wir sparen Energie. Wir sparen Energie, wir müssen nicht Energie aufwenden und wir lernen was Tolles Neues. Ja, und das sind die Hacks, die keine sind. Inner Agency, Headlines mit Chat-GPT-Brainstorm. Ich habe noch niemanden gesehen, der seine Agentur verdoppelt hat, weil er Headlines mit Chat-GPT-Brainstormt. Ja, oder ein neues Angebotstool, das dir AI-basiert, den perfekten Zeitpunkt zeigt, wann du Follower-Up machen solltest. Haha, damit du einfach weiter prokrastinieren kannst, das zu tun, was wirklich wichtig ist. Ja, das ist der erste Quadrant, auf den wir uns nicht fokussieren wollen. Der zweite Quadrant, ja, was könnte hier sein? Low Leverage, viel Aufwand. Webseite, yes, was noch? Come on, Leute, ich brauche euch. Logo, oh ja, ich liebe Logo. Ja, Logo, also ich kaufe ständig, weil das Logo gut ist bei Unternehmen. Also, ja, das sind die Shiny Objects. Und wisst ihr, was das schlimm ist? Also die Hacks, die keine sind, das ist einfach nur irgendwie cringe, wenn man sich darauf fokussiert. Die Shiny Objects, die machen richtige Probleme. Warum? Warum? Weil sie saukompliziert sind, weil sie sehr viel deiner Arbeitszeit brauchen und ihr werdet erschrocken. Ihr werdet erschrocken und gleichzeitig amüsiert, wie viele eine, wie viele Agenturinhaber eine 100% automatisierte Lösung mit GetMyInvoices bauen wir. Auch nochmal hier Hand aufs Herz, wer nutzt GetMyInvoices? Wer hat schon mal den Gedanken gehabt, ich muss meine Buchhaltung voll automatisieren? I feel you, ich habe es auch gemacht, ja, ganz ehrlich. Und dann steht man da und investiert 100 Stunden, hat 100 Stunden rein investiert, am Ende fehlt die Hälfte der Belege. Und man merkt so, fuck, mein Business hat sich immer noch nicht verdoppelt. Ja, die zweite Sache ist, DSVGO-konform. Ja, ich will euch nicht sagen, schaut nicht, dass euer Business nicht DSVGO-konform ist. Ja, es gibt Dinge, die sollte man machen. Aber ganz ehrlich, ihr werdet euer Business nicht verdoppeln, weil ihr 100 Stunden, also man kann de facto eh nicht DSVGO-konform sein. Also jeder, der es versucht hat, der weiß das. Ja, das heißt, das sind die Dinge, auf die wir uns nicht fokussieren wollen. Was smarte Agenturinhaber verstehen und worauf sie sich deshalb fokussieren, ist die Low-Hanging-Fruits. Ja, was sind die Low-Hanging-Fruits? 50k offene Zahlungen an den Kassel übergeben. Wir haben manchmal Leute, die reinkommen, Agenturpartner, die reinkommen, die sagen, ich habe keinen Cashflow, keinen Cashflow. Und dann sagen wir, okay, deine 80.000 offenen Forderungen. Ja, aber ich weiß nicht, ich will nicht. Wie wäre es, wenn du den Kassoprozess in Place bringst und vielleicht mal deine offenen Forderungen reinholst? Es gibt literally keinen Weg, wie du schneller Geld verdienen kannst, als das Geld zu holen, was dir sowieso schon zusteht. Ja, wenn du keine End-of-Week-Reports hast, End-of-Week-Reports einführen. Das ist eine Sache von einer halben Stunde, sorgt für die meisten, für immensen Ramm-Speicher, der frei wird. Ja, und wenn du von keinem Projektüberblick zu einem simplen Projektüberblick gehst. Ja, das sind die Low-Hanging-Fruits. Und dann gibt es ein paar Dinge, ich habe euch gesagt, das ist harte Arbeit. Es gibt ein paar Dinge, da steckt Arbeit drin. Wichtig ist, dass wir die Arbeit an der richtigen Stelle investieren. Und wir wollen uns auf die Leverage-Points fokussieren. Ja, das heißt, wir wollen kein automatisiertes Onboarding bauen. Kein automatisiertes Onboarding, wenn du dreimal einen Kunden on-boardet hast. Weil du hast basically keinen Plan, was da reingehört. Wir wollen keine SOPs erstellen, wenn du noch nie jemanden geheiert hast und keinen Plan hast, was du in diese SOP reinschreibst. Ja, wir wollen hier vielleicht nach 50 Onboardings kann man sich mal überlegen, wie kann man simpel das Onboarding automatisieren. Ja, oder wer von euch hat ein Sales-Team? Ja, wer von euch macht Sales-Calls? Wer von euch recordert die Sales-Calls? Ja, wer von euch reviewt Sales-Calls? Wer hat letzte Woche mehr als 10 Stunden Sales-Calls angeschaut? Ja, einer. Ja, nicht ganz. Ja, das ist harte Arbeit. Und das ist boring stuff. Aber das ist der boring stuff und die harte Arbeit, die euch nachher Cash bringt. Und deshalb schauen wir uns vier High-Leverage-Fixes an, um eine Million Top-Line-Umsatz in deiner Agency zu unlocken. Und jetzt brauche ich mal so ein bisschen, ich brauche ein bisschen Dopamin. Könnt ihr mal so ein bisschen so, yes! Mal ein bisschen, yeah! Ah! Dopamin! Nice! Ja. Chapter 5. Also, wir brechen in die Bank ein. Ja. Hier kommen noch ein paar Komplizen rein. Die bringen die Waffen rein und so. Ja, also. Wie haben wir die Jungs von KCK, die auch hier mit einem Stand unterwegs sind, von unter 10k im Monat, wo sie trotz geisteskranker Skills im Video-Editing es kaum geschafft haben, ihre Videos zu verkaufen, auf eine siebenstellige Flughöhe katapultiert. Und das ist Fix Nummer 1. Ein Category-King-Offer. Ja, und Step Nummer 1, den wir gegangen sind mit den Jungs von KCK. Und wie gesagt, geht gerne zu denen, sprecht mit denen, fragt die, ja, ob ich der absolute Lügner bin. Ja, Step Nummer 1, wir haben sie gerückt in eine No-Competition-Marktplatzierung. Ja, spezifische Zielgruppe. Leute, die mehr als 20k im Monat spenden, das heißt, die mindestens konstant sechsstellig im Monat machen. Das ist die Zielgruppe von den Jungs. Spezifisches Problem. Wir haben uns darauf fokussiert, auf Ad-Creatives, die abschmieren bei der Skalierung. Ja, und was ist die spezifische Methode? Dopamin-Creatives im Hook-Prinzip. Ja, das ist das, was die Jungs unique machen. Die Jungs stehen hinter 90% des deutschen Ad-Spends im Moment. Ja, das heißt, ihr habt sehr wahrscheinlich die Ads sowieso schon gesehen. Ja, Dopamin-Creatives im Hook-Prinzip. Step Nummer 2, was wir gemacht haben, ein Sticky-Ass-Fuck-Offer mit saftigen Retainern. Projektgeschäft ist super, um reinzukommen, aber es ist auch super, um jeden Monat von 0 die Uhr zu starten. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, anstatt für Konzern-Klaus einmal im Jahr irgendwie einen Image-Film und alle zehn Jahre zu verkaufen, sind wir hingegangen, haben uns die Frage gestellt, hey, mit dem Video-Skill, was kann man eigentlich Geiles machen auf Retainer-Basis? Ad-Creatives. Warum sind Ad-Creatives ein geiles Produkt? Braucht man immer wieder. Ja, und gerade wenn man mit Leuten arbeitet, die 100k im Monat machen und die am Skalieren sind, brauchen die weniger oder mehr Ad-Creatives. Das ist Sticky-Ass-Fuck. Ja, gute Idee war das. Step Nummer 3 war, ja, wir haben für drei bis fünf Leading Case Studies gesorgt. In dem Falle Sebastian Zalinski von Iron Media, die Jungs von AFM Media, Thorsten Kreuz und noch viele andere. Dann Step 4, einen Akquise-Kanal etabliert, der planbar, zuverlässig und wiederholbar funktioniert. Und überraschenderweise, bei den Jungs war das Paid-Ads und nicht Cold-Calling, ja, man weiß gar nicht warum, ja. Und allerdings mussten wir das Ganze nach kurzer Zeit abschalten, weil aktuell sieht das bei den Jungs so aus, die Jungs haben eine Warteliste, die länger ist als die Schlange vom Berghain. Wer kommt aus Berlin, by the way? Ja, wer ist schon mal Sonntagabend oder Samstagnachmittag am Berghain vorbeigelaufen? Ja, eine sehr lange Schlange, ja, so sieht das bei den Jungs aktuell aus. Genauso bei Jan Lütje Toden, ja, der nach der Umstellung auf den Category-King-Offer selbst gesagt hat, er macht keine Sales mehr. Ich habe gesagt, ich mache gar keine Sales mehr, ich mache nur noch Onboardings. Ich weiß, wenn die in dem Termin sind, kaufen die sowieso. Ja, und deshalb ist das Fix Nummer 1, Category-King-Offer. Fix Nummer 2 ist akkurates Tracking der relevanten Zahlen. Und wenn ich euch das hier zeige, wer weiß, was die Lösung für das Problem ist? Also offensichtlich gibt es drei Einheiten, die reingehen und eine Einheit, die rausgeht. Ja, das ist ein Problem, das ist offensichtlich. Wer weiß, was das Problem hier ist? Blackbox. Ja, die Antwort ist, wir haben keinen fucking Plan, was da passiert. Wenn ich euch das so zeige, wer weiß, was das Problem ist? Und wer weiß, wo das Problem ist? Ja, mal ein bisschen lauter. Wo ist das Problem? Da, ja, das dritte Rohr. Ja, ich habe all meine Skills zusammengenommen, um einen Blitz da rein zu machen. Da ist das Problem. Wer kann das fixen? Wer kann das fixen? Ja, die Antwort ist, wir können es nicht fixen. Wir können es erst sagen, wenn wir wissen, ist das Rohr zu eng, verstopft oder hat ein Leck. Ja, und genauso können wir in der Agentur erst den tatsächlichen Engpass beheben, wenn wir verstanden haben, wo ist die Ursache des Problems. Wenn ich keinen Spiegel und keine Waage habe, wie soll ich wissen, dass ich fett bin? I don't know. Ja, ich brauche quantitative und qualitative Daten in Form von Tinder-Swipes und einer Nummer auf meiner Waage, um zu beurteilen, ich sollte was verändern. Ja, macht Sinn, oder? Und dafür müssen wir quantitative und qualitative Informationen nutzen. Ja, und steht mal alle auf. Ja, steht mal alle auf. Hinten sind, ist mein Team, die stehen nämlich schon die ganze Zeit, die wissen, dass das kommt. Ja, und wenn ihr gleich Nein antwortet, dann dürft ihr euch hinsetzen. Ja, denn Trackings sind die quantitativen und qualitativen Daten, die uns ermöglichen, zu schauen, wo das Problem in der Agency ist. Wer trackt seine KPIs? Also, simpel gesagt, wer sie nicht trackt, darf sich einmal hinsetzen. Ja, wer trackt gar keine KPIs? Ja, nächste Frage, wer trackt sie täglich? Okay. Ja, interessant, was passiert. Und ich meine übrigens, nicht, wer könnte es theoretisch rausfinden, wenn er irgendwie acht Jahre recherchiert, sondern wer könnte sein Laptop, wenn er den dabei hat, aufklappen und mir in 30 Sekunden die Zahlen nennen. Wer das nicht kann, darf sich einmal hinsetzen. Ja, ich bin beruhigt, dass Anton, mein Geschäftsverband, nur noch steht. Wer trackt seine Sales KPIs und hat so ein Tracking Sheet, up to date mit den Daten von gestern, letzter Woche und letzten Monat. Wer das nicht hat, darf sich einmal hinsetzen. Ja, und hier ein paar, wer kennt den exakten Umsatz für Oktober? Dealvolumen, sortiert nach Closer, Frontend Dealvolumen, Backend Dealvolumen, Upfront Cash, Termine, die live erschienen sind, Offer bekommen haben, Offer Close Rate, Call Close Rate, gerankt nach Closer für gesettete Termine und für Marketing Bookings. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr das nicht habt, wo wollt ihr mir sagen, wo euer Problem im Sales ist? Offensichtlich, ihr macht zu wenig Umsatz, aber macht ihr zu wenig Umsatz, weil ihr zu wenig Offer macht? Macht ihr genug Offer, aber kriegt die Leute nicht geclosed? Also die Leute haben ihren Shit together da hinten auf jeden Fall. Ja, wer trackt das im Marketing? Ja, es wird schon dünn, ja, Anton macht das nicht mehr. Okay, ich glaube, you get the point, nur dass ihr es euch auch abfotografieren könnt, screenshoten könnt, was die Zahlen sind, die hier relevant sind. Es ist ein kleiner Auszug. Gebuchte Termine, je nach Leadquelle, bestätigte Termine nach Leadquelle, Adspan, Cost per Booking, Cost per Marketing Booking, Cost per Outbound Booking, MQLs, ja, Cost per MQL, Cost per Acquisition, Deal Volumen Roars, Frontend Roars, Cash Roars, das sind alles Daten, die wir brauchen. Ja, und mittlerweile steht schon keiner mehr. Fulfillment KPIs, you get the point. Ja, spätestens hier steigen alle aus. Gebt euch eine Sekunde. Und ich spare euch die Finance KPIs. Ich glaube, you get the point. Und ich kann euch sagen, ja, wir machen das öfter, ja, auch Masterminds im internen Kreis. Wenn wir mit Category King sprechen, steht die Hälfte des Raumes bis zum Ende. Ja, und das ist einer der Gründe, warum die Jungs und Mädels 3, 4, 500k oder eine Mio im Monat hitten. Denn in 95% der Agenturen, die wir analysieren, wird Tracking gar nicht umgesetzt, nicht richtig umgesetzt oder richtig umgesetzt, aber nicht genutzt, um KPI-basierte Entscheidungen zu treffen. Und Tracking ist fucking boring. Es gibt nur ein paar komische Leute, wie Anton und Tom bei uns aus dem Team, die Tracking irgendwie cool finden. Normale Menschen, ja, haben da jetzt nicht super viel Freude. Ich habe jetzt nicht die Dopamin-Kicks, ja, wenn ich mir KPIs angucke. Aber du kannst das Rohr nicht reparieren, wenn du nicht weißt, was kaputt ist, ja, wenn du nicht weißt, ob es zu eng ist, ob ein Leck drin ist. Deshalb Cashflow-Fix Nummer 2 ist, get your shit together. Track deine Zahlen, ansonsten steuerst du deine Agentur im Blindflug. Ja, wie cringe wäre das, wenn ihr abnehmen wollt und Fitness macht und keine Waage zu Hause habt. Macht gar keinen Sinn, ja, und trotzdem machen das die meisten in der Agentur. Und wenn ihr nicht auf mich hört, hört auf sie. Ja, weil sie sagt auch, hey, brah, get your shit together. Ja, kommen wir also zu Fix Nummer 3, um eine Million Add-on Umsatz in deiner Agency freizuschalten. Habt ihr noch Bock auf Fix Nummer 3, oder? Yes, alright. Yannick, ja, dieser Handsome, ja, oder wie Handsome der Yannick aussieht. Ja, die Jungs von der Boost-Agentur sind dabei, 100k in Langzeit-Retainern zu stacken. Und zwar in einem Markt, der sich nennt Optiker im lokalen Markt. Ja, und viele von hier würden mir recht geben, ja, wenn wir sagen würden, Optiker sind ziemlich broke und ist nicht der beste Money-Markt. Ja, und jetzt stellen wir uns die Frage, wie funktioniert das? Fix Nummer 3 ist ein optimales Selling-System. Also, wie haben wir das bei Yannick gemacht, wie haben wir das in Place gebracht? Das Erste, was wir gemacht haben, wir haben Akquise-Kanal etabliert, der planbar, zuverlässig und wiederholbar funktioniert. Warum muss das passieren? Planbar, zuverlässig, wiederholbar? Was habt ihr noch im Business, das planbar, zuverlässig, wiederholbar ist? Rechnungen, Mitarbeiter, Steuern. Ja, das heißt, wenn ihr kein, wenn euer Geld nicht planbar, zuverlässig, wiederholbar reinkommt in die Agency, aber planbar, zuverlässig, wiederholbar rausgeht, dann habt ihr ein Problem. Ja, ihr habt ein Problem, ja. Deshalb war das Step 1, Step 2, das gleiche für den Sales-Prozess. Was haben wir hier gemacht? Anamnese-Phase-Cheat-Sheet erstellt, kein stumpfes Roboter-Skript, wir haben emotionale und rationale Checkboxen definiert, wir haben No-Brainer-Pitch ausgearbeitet, haben 10 bis 15 Calls gemacht, uns den Call angeguckt, analysiert, iterativ verbessert, auch hier. Ja, das ist Arbeit. Das ist Arbeit und es ist boring. Aber das ist Arbeit und boring Stuff, der am Ende für Kohle sorgt. Step Nummer 3, wir haben es in die Praxis gebracht und das Ergebnis war, Yannick hat einen Sales-Prozess, der ohne dieses hübsche Gesicht funktioniert. Das ist ein hübscher Kerl, der Yannick, wir lieben ihn alle. Aber ohne dieses hübsche Gesicht macht er Sales, ohne dass er selber im Sales drin ist. Und das ist die absolute Basis, wenn du halt ein Team heiern willst. Und ich gehe hier wirklich im Rapid Fire ein paar Fixes durch, die wir typischerweise in dem Bereich durchgehen. Ja, das Erste, und das klingt ein bisschen widersprüchlich, ein planbares Empfehlungssystem. Wer von euch kriegt Empfehlungen? Ja, wer von euch hat ein wirklich planbares System? Nicht, ich kriege zufällig eine WhatsApp und freue mich, dass eine Empfehlung reinkommt. Ja, das ist der Unterschied. Das ist Low Effort. Das können wir reinbringen. Das ist, ihr erinnert euch an die Matrix. Wenig Aufwand, High Leverage. Ja, das Zweite, wenn Outbound und Paid Ads nicht laufen, wir machen zwei Dinge. Ich will euch da nicht zu sehr stretchen, wir fixen den Prozess. Long story short, meistens ist das Messaging off. Ja, und dann fixen wir den Input. Dann Show Up Rate. Ich könnte eine Stunde über Show Up Rate sprechen. Also wirklich eine Stunde drüber sprechen. Das sind ein paar Dinge, die wir machen. Ja, wenn die Offer Rate unter 80 Prozent ist. Ja, das heißt, wenn Leute irgendwie nach weirden Kriterien qualifizieren und von 100 Leuten 80 aussieben, nur damit sie ihre Sales-Zahlen ein bisschen künstlich pimpen, dann gucken wir, dass wir die Offer Rate fixen, analysieren auch da wieder ein paar Sales Calls. Wenn ihr weniger als 50 Prozent durch Follow-Up Umsatz macht, dann solltet ihr ein Follow-Up System in Place bringen. Ja, weil das sind Leads, die habt ihr schon generiert. Da müsst ihr kein Geld für bezahlen. Die haben schon ein Touchpoint. Was wir hier machen, Hotlist, Rainmaker, CRM Setup, Reoffer einführen. Und wenn dann das optimale Selling-System steht, kommen wir zu Fix Nummer 4. Wir entfernen den Agenturinhaber aus der Agency. Ja, und machen ihn zu einem Weltklasse-Manager. Und genau das ist besonders boring. Ja, ich glaube, ihr habt es verstanden. Das ist der boring Stuff, der was macht? Der boring Stuff, der was macht? Yes. Der boring Stuff, der Cash bringt. Ja, aber das ist die Grundlage, wenn du dich operativ aus dem Tagesgeschäft rausziehen willst. Ja, ein kleiner Auszug, was wir hier machen. Janik, ja, nicht nur handsome, sondern auch smart, ja, hat den Rat befolgt. Scorecard definiert, Top-Grading-Hiring implementiert. Direkt zwei im Sales gehiert. Wenn ihr Sales-Leute hiert, hiert immer zwei, ja, by the way. Einer seiner ersten Hires ist anderthalb Jahre Top-Closer bei ihm. Heute hat er fünf Leute im Team. Wir haben Projections eingeführt, Sales-Meetings eingeführt, Beginning-of-Day, Middle-of-Day, End-of-Day-Reports. Er nutzt das Start-Stop-Keep-Framework-For-Call-Breakdowns. Und wenn du diesen boring Stuff machst, dann hast du bereits 99% der Agenturinhaber hinter dir gelassen. Wenn du diesen boring Stuff machst, hast du die meisten hinter dir gelassen. Und das bringt uns zu Chapter Nummer 6, die Beute. Ja, was haben wir hier mitgenommen heute? Category-King-Offer, Fix Nummer 1, Fix Nummer 2, akkurates Tracking, Fix Nummer 3, optimales Selling-System, Fix Nummer 4, Weltklasse-Management. Und wenn wir eine Bank ausgeraubt haben, was ist dann wichtig danach? Hey, come on. Kohle sichern. Was wollen wir nicht machen nach einem Bankraub? Wo wollen wir nicht landen? Nicht im Knast landen, genau. Und damit, ja, du hast das Wissen. Die Frage ist nur, was du damit machst. Denn das letzte Mal, als ich unseren guten Marcel Knopf auf einer Bühne gesehen habe, hat er gesagt, wenn es um die Theorie geht, werden wir alle Millionäre mit Sixpack. Und die meisten Agenturinhaber denken, sie sind schon Millionäre in Sixpack. In Wahrheit sieht das immer so aus. Und wir sprechen jeden Tag mit Agenturinhabern, die 100k, 200k oder 500k im Monat hitten wollen. Und nur die wenigsten schaffen es wirklich. Weil es geht nicht darum, dass du ein Sixpack haben willst, sondern dass du bereit bist, das zu tun, was es dafür braucht. Und je früher du die rosa-rote Brille absetzt, je schneller du über dein Ego springst, desto schneller wirst du deinem Ziel näher kommen. Und deshalb möchte ich als Gast auf Marcells Bühne abschließen mit meiner Version von seinem Zitat. Denn wenn es um die Theorie geht, haben wir alle eine Agentur, die 500k im Monat und 50% Profitmarge macht. Lass also nicht dein Stolz und dein Ego dafür sorgen, dass du unnötig lange auf diesem Plateau festhängst. Denn wenn dein Kalender voll ist, du scheinbar busy bist, aber dein Konto leer ist, guess what? Es gibt einen Zusammenhang. Wenn du ins Gym gehst, aber trotzdem nicht abnimmst, es gibt einen Zusammenhang. Du machst sehr wahrscheinlich die falschen Dinge in der falschen Reihenfolge. Und damit du den wahren Engpass analysieren kannst, habe ich zum Abschluss ein Geschenk für dich. Wer mag Geschenke? Ja, meine Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Ja, ich will dir hier ein Tracking-Bundle schenken. Ja, wir verkaufen das normalerweise, das Cashflow-Cockpit, wo du alle Zahlen sauber analysieren kannst. So sieht das auch wie auf dem Bild. Ja, das Cashflow-Cockpit, das verkaufen wir. Das ist das erste Mal, dass ich das for free irgendwo rausgebe. Und weil das nicht genug wäre und weil ich Marcel sehr gerne mag, geben wir dazu auch noch unser Sales-Tracking-Cockpit raus. Das Sales-Tracking-Cockpit, das verkaufen wir nicht, das werden wir niemals verkaufen. Das kriegen nur unsere Agentur-Partner. Und du kannst das heute in den nächsten zwei Stunden runterladen. Ja, und danach sperren wir die Seite. Danach kann man das Cashflow-Cockpit kaufen. Ja, aber wenn du das haben willst, ist jetzt deine Zeit, wo du dir das Ganze runterladen kannst und damit den wahren Engpass in deiner Agentur analysieren kannst. Ja, das ist jetzt deine Zeit, wo du dir das Ganze runterladen kannst. Ja, das ist jetzt deine Zeit. Ja, das ist jetzt deine Zeit.